Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit einem 1 zu 0 Erfolg gegen die Ukraine schafft das Nationalteam den erstmaligen Einzug ins EM-Achtelfinale in der Geschichte. Jetzt auch da keine Probleme. Das ist die Wahrheit. Dann vielen Dank, Franko Frodo, danke Florian Grilic, euch vielen Dank, liebe Kollegen, danke, dass ihr euch auch für uns mitfreut und wir sehen uns dann morgen wieder in Seefeld. Danke. Okay, ciao, macht's gut, danke. 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 Danke.